So, hi Leute, herzlich willkommen hier auf customricks.de. Es gab eine Weile kein Video, dann trotzdem danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, euch gefällt das coolste Video jetzt. Und zwar, worum dreht es sich heute in dem Video? Und zwar dreht es sich heute um diese GT-Axt, damit kann man wunderschön Holz hacken. Nein, um diese GTX 1080 Ti geht es heute. Und ja, das ist die Founders Edition. Ja, ich mag den Founders Edition Kühler sehr. Ich finde das Design cool, sieht echt geil aus. Muss man einfach so stehen lassen. Aber da man ja immer alles verbessern kann, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen endgeilen Watercool Heatkiller GP-Block zu montieren. Und wie das Ganze am Ende nachher aussieht, wie das montiert wird, das seht ihr in dem Video jetzt. Sollt ihr da als erstes auf alle Fälle erstmal den Kühler hier entfernen. Das ist eigentlich eine relativ schnelle Sache. Müsst ihr halt jetzt hier die ganzen kleinen Schrauben hier. Die sind wirklich echt winzig und ich glaube, hier befindet sich auch eine unter der Serienkummer hier. Und hier der eigentliche GPU-Kühler ist hier mit vier Schrauben verschraubt. Ja, das entfernen wir jetzt alles erstmal. Und dann habt ihr noch hier zwei Schrauben, die auch noch mit zum Kühler gehören. Die müssen auch mit ab. Und dann habt ihr noch mit vier Schrauben hier. Jetzt haben wir jetzt eigentlich alles abgeschraubt, aber der Kühler, der geht immer noch nicht ab. Und so habt ihr hier ganz kleine, ja, was sagen wir so eine Art wie Schrauben mit Sechskantköpfen und Endgewinne. Oder in die Backpack drin verschraubt, die muss auch noch runter. Ich benutze dafür hier so einen kleinen Sechskant-Steckschlüssel. Den mache ich einfach ein bisschen drauf und dann schraube ich die raus. Wenn man sowas nicht hat, sollte man nur bedingt jetzt unbedingt mit der Zange noch reingehen, weil man hier wirklich sieht, dass hier viele kleine Widerstände sind und so, die man mal schnell wegknacken kann. Also meine Empfehlung auf alle Fälle, nützt so einen kleinen Steckschlüssel. Das ist hier mal so ein Set gewesen von, keine Ahnung, Ebay oder sonst woher. Kann man immer mal gebrauchen. Und jetzt alle Schrauben raus. Guckt wirklich nochmal, ob wirklich alle Schrauben raus, ob nicht, dass sie hier zieht und die Grafikkarte durchbrecht beim Abziehen. Es geht ein bisschen schwerer, weil die Wärmeleitpads halt noch dran kleben und auch die Wärmeleitpaste am Chip selber auch klebt. Und dann habt ihr unten drunter jetzt zwei Kabel. Einmal für die GeForce GTX-Beleuchtung hier, für das Logo vorne. Ja, die Wärmeleitpads, die jetzt hier noch so drauf kleben, die könnt ihr dann versuchen hier wieder mit zurück auf den Kühler zu kleben, dass ihr das komplett wegpackt, dann falls ihr die Kabel wieder zurückbauen wollt. Ich mache es in dem Fall jetzt auch. Natürlich auch ganz wichtig hier, die ganzen kleinen Schrauben in Sicherheit zu bringen, bevor die dann weg sind. Die braucht ihr vielleicht später nochmal, wenn ihr die GPU wieder auf Luft zurückbaut, warum auch immer, wenn ihr sie verdorben wollt oder was auch immer, oder keinen Bock mehr auf Wasserkühlung habt. Das kommt dann nachher zusammen mit dem Kühler in eine Kiste rein und dann, glaube ich, das verstaut. Ihr habt jetzt hier Rückstände von der Wärmeleitpaste, ihr habt Rückstände von diesen Klebepads. Das Ganze machen wir jetzt mal, also von den Wärmeleitpads, das Ganze machen wir jetzt mal ein bisschen sauber. Ihr könnt dafür Alkohol benutzen, so rein Alkohol, so Reinigungs, Benzin oder wie auch immer. So, jetzt haben wir hier diese wunderschöne gereinigte GTX-1080 Ti, federleicht jetzt, ohne Kühlkörper, ohne alles. Und ja, jetzt bereiten wir das Ganze vor für den Heatkiller, um den zu montieren und das ist nicht weiter kompliziert. Ich muss auch sagen, ich hatte schon einen Kühler von einer anderen Marke. Ich sage jetzt keinen Namen, aber die Marke kommt aus Slowenien. Da weiß jeder, glaube ich, Bescheid, was für eine Marke das ist, welche Marke das ist. Ihr habt jetzt hier die Wärmeleitpads mit dabei und zwar sind die hier schon komplett fertig zugeschnitten. Das ist nämlich richtig gut. Das ist jetzt zum Beispiel auch der Vorteil, alleine schon gegenüber dem anderen Hersteller, den ich gerade meinte. Da muss man sich die Wärmeleitpads selber zusammenschneiden. Die kommen jetzt hier beim Watercool Heatkiller, kommen die alle schon fertig zurechtgeschnitten. Ich habe jetzt hier schon mal so ein kleines Skalpell, um hier die Schutzfolie dann abzuheben von den kleinen Pads. Und ihr habt jetzt hier auch von den Wärmeleitpads, ihr habt jetzt hier auch in der Anleitung genau, welches Pad wohin muss. Dadurch, dass die halt natürlich fertig zugeschnitten sind, ist das dann noch ziemlich einfach zu erkennen, wo die hin müssen. Es gibt hier 1mm Pads und 0,5mm Pads. Auf dem Arbeitsspeicher sind 0,5mm Pads. Auf dem Spannungswandler hier liegen 1mm Pads und dann noch ein paar für einzelne Komponenten. Also hier wurde wirklich an alles gedacht. Also alle Komponenten, die jetzt hier irgendwie Wärme abgeben und wichtig sind für die Spannungsversorgung, werden hier auf alle Fälle mit gekühlt. So und dann werde ich mal die ganzen Wärmeleitpads anbringen und dann geht es auch schon weiter mit der Kühlermotage. So und dann geht es auch schon weiter mit der Kühlermotage. So und dann geht es auch schon weiter mit der Kühlermotage. So jetzt ist das Ganze fertig hier für die Montage des Kühlers. Es kommt noch Wärmeleitpads jetzt drauf auf dem Chip und dann kann der Kühler auch schon montiert werden. Wie ihr jetzt gemerkt habt, das dauert wirklich mit am längsten. Es gibt Fummel hier mit den Wärmeleitpads, dass man hier die Schutzfolie abbekommt. Aber ja, passt schon. Jetzt haben wir die Wärmeleitpads. Wenn ich sie dann aufkriege. Ich benutze hier die GC-Extreme. Die ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe es jetzt gut auf die Augen damit gemacht. Die benutze ich jetzt eigentlich so fast überall. Ich mache noch mit dem dicken Punkt hier raus und noch ein paar kleinere Punkte. Und dann sollte das ausreichen. So sieht das Ganze dann bei mir aus. Kommen wir zur Kühlermontage. Ihr seht jetzt hier, dass hier die Slutblende natürlich höher ist als der Kühler. Das ist immer ganz gut, wenn man sich dazu eine Montagehilfe nimmt, einen Untersatz. Und dazu eignet sich eigentlich hervorragend der Karton, der dabei ist. Kann man sich jetzt nicht runterlegen. Legt sich dann hier schön den Kühler hin. Zack. Und dann kommt das Ganze hier drauf. Achtung ich dann noch auf die Ausrichtung der Löcher, dass das alles passt. Und dann könnt ihr die Schrauben reinmachen. Ich werde das Ganze jetzt hier mit der Backplate verschrauben. Ist in der Beschreibung auch beschrieben, welche Schrauben jetzt man einmachen muss und welche nicht. Bei der Backplate sind nochmal Vamlight Pads dabei für die Rückseite. Und ich montiere das Ganze jetzt einfach. Bei den Schrauben habt ihr hier so kleine Kunststoff-Unterlagscheiben dabei. Die dürft ihr auf alle Fälle nicht vergessen. Die sind eben sonst dabei. Ist damit jetzt der Platine keinen Schaden zufügt dem Festschrauben. Also die mit drüber stülpen über die Schraube. Denn so ist das Ganze. Und dann fange ich direkt mal an hier den Chip quasi zu verschrauben. So. 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 So, der eigentliche Kühler ist jetzt erstmal fertig verschraubt ohne Backplate und jetzt kommt die Backplate noch drauf und dann ist das Ganze schon fertig. Auch hier habt ihr jetzt wieder Wärmeleitpads dabei, die sind auch in der Beschreibung schön. Ich sehe das drin, wo die hinkommen. Ich sehe das drin, wo die hinkommen. So Leute, da sind wir auch schon fertig. Ja, ich gebe euch noch den Tipp mit auf dem Weg beim Anziehen der Schrauben. Zieht die nicht zu sehr fest an. Ich mache das immer hier so zwischen den beiden Fingern mit der Kraft, die ich zwischen Daumen und den drei Fingern hier aufbringen kann. Das reicht völlig aus. Ich müsste das jetzt nicht übelst anrammeln, dass sich die Backplate hinten verbiegt. Also man hat jetzt hier auch einen schönen gleichmäßigen Spalt. Das Ganze ist natürlich mega sexy. Also wenn man sich das mal so anguckt, das sieht echt geil aus. Also ich mag den Heatkiller GPU Block. Ja, vor allen Dingen in dieser Nickel Ausführung mit dem schwarzen Acryl, mit dem durchsichtigen Acryl Fenster. Wenn man dann halt natürlich farbige Flüssigkeit mit farbiger Flüssigkeit in der Wasserkühlung betreibt, kann man die natürlich wunderschön sehen. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann noch vertikal montiert, habt ihr natürlich optimale Sicht auf den Kühlblock. Ja, wie bei Watercool üblich bekommt ihr halt für euer Geld wirklich echt reine Qualität. Ihr merkt das schon, wenn ihr das in der Hand habt, dass hier wirklich viel Material auch verbaut ist und wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie das verarbeitet ist, ja, ich will jetzt keine Negativwerbung machen für einen anderen Hersteller. Aber ich hatte halt wie gesagt auch schon einen anderen Hersteller, von dem ich vorhin schon mal gesprochen hatte, hatte ich auch einen GPU Block wie 1080 Ti. Da hatte ich auch Probleme mit einem Anpressdruck. Ja, den musste ich sehr stark festziehen, also am Chip-Satz auf der Rückseite, um dass der sich überhaupt Kontakt hat zur Kühlfläche. Das ist jetzt hier bei dem Watercool Heat Killer ist das nicht so. Ich habe schon einen verbaut, also ist jetzt nicht der erste, den ich hier verbaut. Ich habe schon einen in Betrieb und daher weiß ich auch, dass es hier keine Probleme geben wird, weil er halt wirklich sehr gut konstruiert ist. Das ist jetzt auch Qua-Waar-Win 해�挺. Alles Gain, keinen Kontakt zu Hayatmen Não Ja Leute, ich hoffe euch hat das kurze Montagevideo mir gefallen zum Watercool Heapkiller GPU-Block für die GTX 1080 Ti Pharmaceuticals Edition. Das ganze ist wirklich sehr passgenau, ich kann den nur empfehlen, die Temperatur sind da auch top. Also ich habe jetzt hier keinen Temperaturschart, aber ich kann aus Erfahrung sagen, weil ich ja eben schon einen verbaut habe davon, dass die Temperaturen wirklich echt gut sind. Noch kurz am Rand, das ganze ist natürlich auch durchschlussgebunden. Guckt mal in die Anleitung, ihr habt jetzt hier einen Eingang und einen Ausgang. Also wenn ihr optimale Kühl-Performance haben wollt, verwechselt das nicht bei der Montage. Mir ist das auch schon mal passiert, habe ich im Bastelwaren nicht dran gedacht und den verkehrt herum angeschlossen. Ja, genau. Ja, das war es heute für mich auch schon. Dann verabschiede ich mich mit diesem geilen Heapkiller GPU-Block hier auf der GTX 1080 Ti bei euch. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich dann bis zum nächsten Video. Achso, die Karte wird übrigens hier verbaut in meinem aktuellen Projekt, Purple Pill Projekt Fractal Design Define R6. Möchte ich diese Woche fertigstellen, wird es auch ein Video zugeben. Ja, ansonsten verfolgt das einfach auf meiner Facebook-Seite. Da lade ich regelmäßig Worklogs hoch zu meinem Projekt. Und wenn das abgeschlossen ist, steht auch schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Da können wir schon mal gespannt sein, was das wird. Ich denke, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen dazu auch was posten werde. Und verabschiede mich. Dankeschön fürs Zusehen hier auf customix.de. Ciao.